Willkommen zurück Leute Wir sind ja das letzte mal hier stehen blieben Und kämpfen uns jetzt mal weiter nach vorne damit wir diesen eure Orioles oder Irioles Schlüssel bekommen Kann der mich sehen von dort hinten Warum wird ein Kratos da wohl hingehen So schnell kann es gehen nicht oder? Wollen wir nochmal den Hammer raus sehen? BAMS ALTER Da muss ich natürlich ne 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 Waffenwechsel Bei denen mit so ne langsamen Waffe ist es nicht sehr gut So Damit wäre erstmal geklärt wer der Boss hier des Sumpfes ist So ich würde sagen wir gehen wieder zurück oder? Warte mal geradeaus genau geradeaus Das könnte auch Sieht ein bisschen verdächtig aus Da rechts ist auch so ne Treppe Vielleicht können wir den Sumpf ja sogar gleich irgendwie trocken legen oder sowas Bisher hat mir mein nächstes hier nicht gesagt Pass mal auf Marcel hier irgendwo ist irgendwo Eine versteckte Kiste Bisher noch nicht Oh Gott Knochenkrieger Auch sehr nervig Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so schlechten skills das ist schon komisch weil blocken ist eigentlich normal bei solcher art von spielen aber ich tue es einfach fast nie in mir habe ich dann immer ein bisschen glück ja wir haben den schlüssel benutzt das war mir irgendwie klar vorher ja 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 jetzt hat das nächste wieder gesagt hier pass auf jetzt irgendwas irgendwas ist hier in der nähe die ruinen der vergessenen ist immer wieder ist man wenn man sich das reinzieht das das spiel schon jahre alt ist ich weiß immer noch beeindruckend junge sind wir bei herr der ringe oder was ich sehe deinen bauch nach da oben ist ein was sind das ist textur fehler da in der wand da oben sieht es ausweichen nach jürgen weißt du was Alter, hält der viel aus, was ist denn da los? Ne, 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 ne. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut, wenn ich das verhindern würde, dass sie da rauf gehen. Ah, fuck, jetzt ist es schwer. Oh, ihr kleinen Pissköppel, ihr kleinen Pissköppel. Man kann es ja mal probieren. Nein, ich bin tot, fuck. Man kann es ja mal probieren. Alter Falter, nein, nein, nein. Will ich das jetzt hier wieder einsammeln, ja. Ja, Junge, du wissernst. Du, mit deinen Hühnerbeinen. Nein. Ausweichen. Nein, ich gehe da natürlich voll rein, weißt du. Ich will mir jetzt nämlich den Rage-Monus für den zweiten aufbewahren. Ist natürlich scheiße jetzt. Echtlich. Wie einfach mal die Hälfte weg ist, fast. Alles klar, vergiss das. Wenn ich das jetzt nicht einsetze, bin ich wieder tot. Und ich bin tot. Ach, ich nehme auch... Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich nehme auch in diesem Modus Schaden, ey. Das ist natürlich scheiße. Wie war der Plan, den großen zu töten. Bis dann verliere ich ja Energie. Und dann schnell die Kiste, während der weg ist. Bis bevor der zweite kommt. Und dann die Kiste nehmen. Warte mal, kann ich nicht einfach irgendwas aufleveln eigentlich? Ja, dann wählen wir doch mal... ...diesen blitzübergreifenden Schaden aus. Ach, das kann ich auch aufleveln, natürlich. Seelenschwörung. Seelenbeschwörung. Alles klar. Ja. Gut, äh... Ich glaube aber, der Plan ist gar nicht so schlecht. Wenn man die Pause zwischen den beiden großen nutzt und sich dann wieder auffordert, sozusagen. Naja. Gut, dann machen wir das jetzt hier. Ist ja auch gar kein Problem. Ich verstehe auch nicht, warum immer so riesige Fischer... Das verstehe ich, egal wo, verstehe ich immer nicht, warum so riesige Fischer... ...sich das gefallen lassen. Von so kleinen Fick-Fischern, weißt du? Die nix können eigentlich. Ne, 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 greifen ist hier nicht. Oh. Oh, habt ihr gesehen, wie viel Treffer das macht? Oh. 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 Jetzt schon... Nein, 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 nein. Huh. Seit wann kann der rennen? Seit wann kann der rennen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich bin so bescheuert, ey. In this moment, weißt du? Zu verkacken ist natürlich nicht so... ...weil. Äh? Okay, okay. Schnell! Jetzt, man. That's what's the plan, man. Wieso kann ich den nicht... Huh? Das hat mir nicht gefallen, Jungs. Wo schlägst du denn hin, Grados? Oh, fuck. Ich seh nix. Ich hab mir in die falsche Richtung gedreht. Alter. Nur noch du und ich, Jungs. Du und ich. Nein, oh, Mann, Alter. So langsam müsste ich doch mal das Angriffsmuster von hinten ein wenig kennen. So. So. Ja, jetzt kommt noch einer. Bäm, sind wir das weiter hochgegörten mir. Na, geht doch. Die Question ist ja jetzt. Das genau soll ich damit machen, das ist jetzt echt die Frage für mich. Anscheinend nix, den lassen wir das einfach so, egal. Vielleicht war da irgendwie, hätten wir irgendwas ausgleichen können oder zum Einsturz bringen können, damit wir irgendwas freischalten können. Oh, da glitzert so viel. Ähm, was sagt mein Näschen, da kommen Gegner, hier können es auch weitergehen, ne, hier kann es gar nicht weitergehen, oder? Doch. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das ist der Plan, das Herd auszufinden. Warte mal. Hm. Bombe. Oh, die Viecher. Nein, nein, nein. Ich stehe gar nicht erst wieder auf. Bäm, Junge. Bäm, Bäm. Oh, ich hasse diese Viecher, Mann. Bombe. Komm her. Wir nutzen dich jetzt einfach als Bombe, ja. Oh, ich kann die auch greifen, ist ja geil. Komm her. Ne, ein Stich. Tchuuu. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, gut. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, hauen wir die erstmal zu Klump. Oh, yes. Wo ist der andere? Eschloch. Okay, jetzt noch mal ganz kurz zurück. Die Kisten holen. Hallo, hallo, hallo. Ja, doch, doch, doch. Hat sich gelohnt, oder? Paar Erfahrungspunkte und so weiter ist okay. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, no. Nee. Ach. Wee. Wee. Warte mal. Achso, okay. Ich dachte, da könnte man rauf oder so. Weee! Das ist schön. Wow. Yay. Hm. So ein Speicherpunkt wäre jetzt ganz nice irgendwie. Ja, ja, du Dummbadz. Warte mal kurz. Ich habe mal kurz die Kisten und dann bist du dran. Zwei Gorgon-Augen. Warte mal, wie viel haben wir denn eigentlich noch? Gehst du mal runter? Also einmal noch zwei Gorgon-Augen und dann nochmal sechs und dann sind wir voll. 100% sind wir dann voll. Solche Gegner lebe ich ja. Da brauchst du wirklich von Anfang an, brauchst du gar keine Schläge einsetzen. Du greifst sie einfach und drückst Dreieck und dann sind sie weg. Und so bin ich auch dann weg. Scheiße, Mann. Ja, leider, leider hat Korovo in Sachen Springen nicht seine Stärken. Das steht ja wohl fest. Aber das war trotzdem ganz klar meine Schuld. Das war ja nur gerade Ausspringen, aber teilweise, wenn du dann irgendwie auf höheren Plattformen springst und die Kamera ist nie so vorteilhaft eingestellt, dann kannst du natürlich auch nichts dafür, wenn du manchmal abstürzt. Das war schon wieder kurzzeitig aus, als ich jetzt schon wieder nicht geschaut habe. Das war schon wieder kurzzeitig aus, als ich jetzt schon wieder nicht geschaut habe. Alter, wie klein Selbstmord hat den Titas. Komm runter da. Bämst. Okay, Kratos, wir greifen dich erst an, wenn du fertig bist mit der Szene, okay? Ja, Junge, ganz... Ey, Sef, warte mal. Ihr seid überhaupt... Ihr seid weiblich. Ihr seid weiblich. Aber hässlich, tut mir leid, ey. Na, was machst du da in der Ecke? Chillen? Nein, nein, nein. Weiblich doch aus. Oh, warte mal. Da ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. So, das auch bitte mitnehmen, und dann geht's weiter. So, das auch bitte mitnehmen, und dann geht's weiter. So, das auch bitte mitnehmen, und dann geht's weiter. Okay. Geile Scheiße, geile Scheiße, ne? Ah, da ist ein Hebel. Okay. Okay, ich seh's. Ja, ja, Leute, ich seh's. No problemo. Alter, Messer in den Rücken. Ihr mögt es doch von denen, oder nicht? Also, aufgespießt zu werden. Also, äh... Äh, hier, das ist geschehen. Ein kleines Ferkel. Was habt ihr denn wieder gedacht? Was hat es denn genau gebracht, jetzt hier, das zu öffnen? Und dann geht's mal. Och. Hm. 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 Ne, das geht nicht. Ich wollte doch nur hinlegen eigentlich und mich da hoch... ...weiß Bescheid. So, oder nicht? Nein! Was ist mal los? Ne, das kannst du nicht schaffen. Wofür ist denn das hier hinten? Nein, ich verstehe das gerade gar nicht. Da kommen aber nicht teilweise ganze Körper angespült, oder? Wenn, dann müsste ich ja auf der anderen Seite gucken. Ich würde irgendwas übersehen. Ich komme nicht drauf, ohne Scheiß. What's going on? Ach! Ne, ne, ne. Ne, ich komme nicht drauf. Ihr Schweide! Ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Kann ich irgendwo die Zeit anhalten, oder so? Ne, man. Wee! Ne. Keine Ahnung, Leute. Ich, äh... Ich weiß es nicht. Ich höre jetzt hier erstmal auf, denn... ...wende den, äh... ...Part ist ein bisschen länger geworden. Ähm... Ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Ja. Vielen Dank.